Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird im Kreis Viersen erbaut. Dieses im Bau befindliche Objekt wird 2015 fertiggestellt. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Grundstücksfläche von ca. 528 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 143 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 312.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.